Johannes, zwei Spiele in zwei Tagen. Gestern verloren, heute gewonnen. Was sagt der Körper, was sagt die Fitness? Der Körper ist noch halbwegs fit. Zum Glück haben wir morgen dann wieder einen Ruhetag. Ferens hat heute angefangen, zwei Sätze zu spielen. Das hat mir gut getan und ich denke, ich bin auch ziemlich fit. Heute sah es relativ gut aus. Gestern gab es leider keine Bilder aus der Halle. Warum habt ihr heute gewonnen gegen Amrissville, gegen die gleiche Mannschaft von gestern? Ich denke, auf jeden Fall ist der Heimvorteil hier gegeben. Die Fans waren wieder ziemlich viel vertreten dafür, dass es ein Testspiel war. Ich denke, wir waren aufstagsstark. Das liegt besser als gestern und wir haben viel mehr Punkte aus eigenem Angriff gemacht. Du hast es gesagt, Heimvorteil. Jetzt für dich war es das erste Heimspiel hier in der Palahorn Arena. Wie ist das Gefühl? Also es ist ja erst mal nur ein Test gewesen, aber es ist echt geil hier. Also ich kenne es von Berlin, vom VCO. Da haben wir 30 Fans. Hier ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Nächste Woche zu Hause gegen die United Volleyes und dann geht es auch schon relativ schnell in Richtung Saisonauftakt. Hier zu Hause gegen die Netzhoppers. Wie werden jetzt die nächsten Tage noch aussehen für euch? Ich denke, weiter 6-6 Training, wieder in der Abstimmung noch arbeiten, Blockverteidigung ist wichtig und dann auch die beiden Testspiele beschreiten. Super, Dankeschön.